So Leute, ihr wisst ja, ich bin Multimillionär auf World of Tanks. Ich habe 13 Millionen auf der hohen Kante und guck mal hier, ein Fahrzeug kaufen steht. Freie Plätze, 23 Garagenplätze habe ich noch. Und ich finde das schade, dass ich so viele Garagenplätze habe, aber so wenig Panzer. Deswegen gehen wir mal auf Forschung und so. Es gibt so Panzer, wo haben wir denn hier die deutsche Reihe, da. Ja, es gibt so Panzer, die sind mittlerweile so ein bisschen OP geworden, weil die gebufft wurden. Und zwar VK-4502B, der 9er vor der Maus. Der hat ja eine sehr starke Front kaufen. Ohne Besatzung kaufen. Gucken wir erstmal, ob wir da irgendwie Dings für haben. Wie heißt das hier? Besatzung. Damit ich mal ein bisschen, äh, hier, meine Let's Plays mal ein bisschen, äh, wie soll man sagen, abwechslungsreicher gestalten kann. Wo ist er denn, der VK? Da haben wir den doch, den Kollegen. So, Besatzung. Ah, was haben wir denn da? Leichter Panzer Lux. Ah, so, okay, den für 75%. Okay, okay, ein bisschen Besatzung habe ich wohl noch. Muss ich dann halt umschulen, macht ja nix. So, umschulen, 75%. Umschulen, so. Was hauen wir denn da für Module rein? Hm, 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 hm. Splitterschutz, vertikaler Stabilisator. Ansätze haben wir auf jeden Fall mal rein, wa? Bringt den Splitterschutz was bei dem? Der hat ja schon eine sehr starke Front. Entspiegelte Optik, Schere, Entfernen, Rohr, Treibstoff. Verbesserte Lade, bla, bla, bla. Waffenrichtantrieb. Komm, Lüftung hauen wir auch nochmal rein. Ist doch immer gut, sowas. Dann. Vertikaler Stabilisator. Ja, würde ich sagen, oder? Vertikaler Stabilisator. Okay. So. Ruckzuck haben wir nur noch 8 Millionen. Oh, alter. Sag mal, 2 Millionen, 3, 5 Millionen jetzt ausgegeben mit der ganzen Ausrüstung für das Ding. Ey, was geht denn, ab, Mann. Egal, weiter geht's. Wir wollen noch ein bisschen einkaufen. Munition und so, das machen wir später mal. So, Forschung. Wat kaufen wir denn noch? Bei den Russen war doch mal wat hier. Der T-54 Leit, der 8er. Wenn ich den 9er holen würde, dann könnte ich mir auch T-62A freispielen. Das wäre doch mal was. Ne? Ab und zu mal ein bisschen zocken, dann kann ich mir. Weil der führt sowohl zum Objekt 1-4-0, den ich sowieso schon hab. Oder soll ich mir ne IS-4 fre... Ne, doch. Ah komm, hol ich mir mal den 9er wieder. Kaufen. Ohne Besetzung kaufen. Dann könnte ich mir einen 10er freispielen. Ich wollte eigentlich T-54 Leit holen, aber... Weißt du, so kann ich mir ja dann... ... mit T-62A einen weiteren 10er freispielen. So, mit der Zeit peu a peu da. T-54A habe ich denn irgendwie... Oh, hab ich hier Auswahl, ey. Oh, Junge, Junge, Junge. Jetzt ist die Frage, wat nehm ich denn? Objekt 1-4-0... IS-7... Okay. 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 So, wat geben wir dem denn hier? Hier Reparatur... ...auswählen. Schließen. Reparatur auswählen. Schließen. Umschulen. Ah, 80%. Okay. Läuft bei mir. So, Module. Wat hauen wir denn da rein, Kollege? Ansatz... ...kommt auf jeden Fall mal rein. Dann haue ich rein, äh... ...verbesserte Lüftung. Und haue hier noch rein, entspiegelte Optik, oder was? Und schon habe ich nur noch 3,6 Millionen oder 3,5 Millionen, dann mal. So. Da könnt ihr euch mal demnächst mal auf ein paar, äh, hier Replays freuen, ne? Wollen ja mal ein bisschen Abwechslung in die ganze Geschichte reinbringen. Und, ähm, dann würde ich sagen, spiele ich noch eine Runde AT-15. Für euch, damit das jetzt nicht so ein reines Ich-Kauf-Irgendwas-Video wird. Eine Runde live, AT-15 inklusive. Wollen wir mal gucken, was der Akku so auf die Beine stellt, wa? Ich bin schon ein dufte Typ. Ihr könnt froh sein, so ein Let's Player hier jemals kennengelernt zu haben, ne? Der hier so lustige Replays und Let's Plays macht's für euch. So, AT-15, äh, brauche ich auch noch 110.000, dann habe ich die Tortoise. Ich denke mal, die Tage werde ich mal ein bisschen AT-15 suchten, weil, wenn ich die Tortoise dann auch durch habe, dann habe ich ein FV-Sternenzerstörer-TD. Falls ihr euch wundert, warum ich so komisch rede, ich habe, ähm, gerade eine Nektarine gegessen und habe noch so einen Nektarinen-Kern im Mund. Und, ähm, deswegen rede ich so geschwollen. Also wundert euch nicht, meine Damen und Herren. Der Gegner hat zwei Artis, davon so eine komische FV, die alle paar Sekunden dir die Cracks abschießt, äh, die Dreckser. Ich hasse diese schwulen kleinen FV-Artis. Ja, wunderbar, so muss das sein. Ja, schon zwei Tote, so, cool, cool, cool. Ey, alter, der T-37 hat zwei Kills schon, was geht denn ab? Wieso ist denn, hä? Wieso hat denn der Typ zwei Kills schon, alter, was geht? Oh je, oh je, oh je, oh je. Ja, da wir hier nur zu dritt sind. Wer passiert denn da schon wieder? Ich höre die ganze Zeit so, irgendwo schon treffer. Oh, was ist denn los? Oh Gott, 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 ich krieg schon wieder aus der Mitte. Doch, es wird schon ganz schön hier rumgebottet wieder, ne? Mann, ey, ich seh nix, ich kann ihren nirgendwo rausgehen. Oh, cool. Ich kassier von irgelbischen Leuten, die ich gar nicht sehe, ja, find ich auch toll. Da kann ich wunderbar mit umgehen. Der ging frei durch Ihre Panzer rum. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch Ihre Panzer rum. Wirkungstreffer. Achso, okay, wir schießen Geld. Okay, Brody. Ja, Fahrzeug tun wir uns. Ihr seht's schon. Wir hatten zwei Tote innerhalb von 30 Sekunden. Der Rest von uns stellt sich jetzt auch nicht unbedingt schlau an. Naja. Egal. Ich hab zwei Panzer für euch gekauft. Lasst mir ein Abo da. Es gibt demnächst auf jeden Fall mal ein paar schöne Replays mit den anderen Panzern. Und ja. Ansonsten oben rechts gleich tauchen ein paar oder sind hier oben rechts und oben links irgendwelche Videos aufgetaucht oder in der Beschreibung. Schön fleißig anklicken. Mein Facebook findet ihr in der Beschreibung. Und mein Hauptkanal heißt Akko der Persian Killer. Dort mach ich Kraftsport. Also wie gesagt alle Links anklicken. Bis dann. Ciao. Ciao.